Ich habe einen neuen Elefant gefunden. Ich nenne ihn... Anders. Also ich meine, er soll Anders heißen als der vorherige Elefant, deswegen heißt er Anders. Der ist mir direkt vor das Visier gelaufen. AJ Gale, wir haben dich beobachtet. Wir sollten uns treffen. Weitere Instruktionen... Ja, ich trauere ihm um ihn. Keine Ahnung, was das alles in dem Fall bedeuten soll. Höh! Ja? ... und die Bösen zu töten! Nicht wegen Wahrheit oder Pflege! ... desto eher kannst du mit dem Krieg spielen auf Fremdenburg weitermachen! Außerdem habe ich Info für dich! Ja, ja, ja! Sind sie noch da? Ha, 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 ha! Gut! Infiltriere den Flughafen! Ich will schon immer einen Flughafen haben! Wollen die mich jetzt angreifen? Ich will euch aber nicht töten! Lasst mich einfach in Ruhe! Ich habe euch nichts getan! Mein Elefant ist zufällig an euch vorbeigelaufen! Anders ist es zufällig an euch vorbeigelaufen! Anders ist es zufällig an euch vorbeigelaufen! Lauf mir doch nicht! Okay, er lebt noch! Ja, ich helfe euch! Ich schweiße ein vernichtetes Auto an der Motorhaube und mache es dadurch neu! Warte! Geh nicht! Im Dorf wird immer irgendetwas Gutes gekauft! Ich höre! Tja! Ah! 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 Es gibt keinen direkten Weg! Ah! Es gibt nur einen weniger langsamen! Есть aber Dich Straß! Das war die Durchfragen! Ah-ah! dive! Die Dracula Liere! Ahem. Der Winter ist hier Te Dit hat dir ein vokier! Das ist würde nicht Adventurel. Dich! Ewes! Nein! Nicht schon wieder. Nicht mein Elefanten. Nicht anders. Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann.